Kämpf, aber sag, dass du da rauskommst. Entschuldigung, tu was du kannst, um mir zu helfen. Überall gibt es einen Weg, wenn man auch nicht gerade ausspringen kann, aber es gibt ihn. Was genau sind das nochmal für Daten, die wir hier stehlen? Oh, tut mir leid. Die Faith hier stiehlt, während ich ihren Babysitter spiele. Es geht um ein neues Enzym, irgendein Nahrungsergänzungsmittel. Reposer ist ganz scharf drauf. Okay. Gut, kling dich in irgendein Terminal in Arbeitsraum 4H ein. Den Rest erledigt die Shotgun. Fünf. 4H ist natürlich da oben, ne? Kann man hier hoch gehen dann? Die Türen sind natürlich alle dicht. Okay. Licht läuft durch den Holo. Hallo! Ah! Das ist merkwürdig, oder? Das ist merkwürdig, oder? Das ist merkwürdig, oder? Ah, letztlich durchs Geländer. Das ist merkwürdig, oder? Das ist merkwürdig, oder? Einbrechen und check das nicht, weil das ist alles so verwinkelt und ver... Ups. Entschuldigung. So. Dürfen wir jetzt selber hacken? Und setze die Shotgun ein. Ich glaub nicht. Die macht irgendwas. Sehr gut. Ich hab die Bestätigung. Der Grab war erfolgreich. Guck mal drinnen. Hier ist noch jemand. Er sieht nicht wie ein Runner aus. Ach, dass du da rauskommst, Faith. Sorry. Aber ich will mir das ansehen. Das war ja klar. Ich sitze dann mal untätig hier um und hoffe darauf, dass du davon kommst. Wir kommen schon davon. Hab ich aber nicht. Faith, du musst mir nichts beweisen, okay? Ich will einfach nur, dass du gesund wieder zurückkommst. Ja, wenn wir mal noch sehen, was der Typ da macht. Warte, der ist richtig aufgesprengt hier. Wo? Ja. Das sieht irgendwie aus, als ein Versuch an Menschen machen würde. Wenn du gerade nicht reden kannst, versuch einfach zu klicken. Das ist nach einem Ausgang für dich. Die Tür hat mir auch leise aufmachen können. Okay. Interessant. Hat er sie getötet? Das sah aus, als er pingeln würde. Oh oh. Hä? Der Typ ist schon ziemlich gruselig, wa? Direktor Mera, geben Sie Alarm. Schalt ihn aus. Hier spricht Direktor Mera. Wir haben einen Code Blau. Dr. Hill ist tot. Was? Was heißt, die sind ausgesperrt? Überstricken Sie ihn verdammt. Hier ist mein Tag. 770930. Oh, die Alte hat's drauf, wa? Sorry, das war mein Stuhl. Halt! Ich brauche ihn lebend. Was war das in seiner Hand? Da hat sie vergiftet. Zyanid. Bedauerlich. Wo ist das Ding? Komm, nimm's und hau ab. Schnapp sie! Schnapp sie nicht! Einrichtung wird abgeschickt. Bleiben Sie bitte an Ihrem Arbeitsplatz. Bissi von Elysium Security. Hey, jetzt kannst du mich hören? Japp. Später. Ich brauche einen Ausgang. Versuch einfach rüber, nicht rauszukommen. Den Rest übernehmen wir. Enforce-Klasse-Fernkampf. Nein! Fernkampf! Nütze Übergänge, um dein Fokusschild aufzubauen. Okay. Ein Fokusschild erlaubt, ist dir Kugeln auszuweichen. Okay. Bei mir wird's hundertprozentig nix funktionieren. So. Ja, klar. Wow, 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 wow. Ich muss... Ich muss... Ach, hier. Okay, ich war doch richtig. Ja, ich kann jetzt kraftisch treten. Subi. Okay. Ja, ich versuch sie groß los, Leute. Wir werden's schinken alle auf mich. Zwei. Zwei. Gebäudeabregelung abgeschlafen. Waaain. Was passiert hier? Wow. Wow. Gut. Ihr kommt jetzt beide hierher zurück. Und bleibt außer Sichtweite der Vetoes. Jetzt aber gibt's hier immer schon Kissen, wo man rein... Wir sehen uns dann im Versteckfeld. Die ganze Stadt ist in Alarmbereitschaft. Im Grid ist die Hölle los. Was auch immer du gemacht hast, Safe. Du hast mitten in ein Lesben-Nest gestochen. Ja, klar hab ich das. Wie immer. Ich predige dir das schon seit Jahren. Wir machen keine Runs gegen Kruger's Heck. Und was ist das Erste, das du machst, nachdem du wieder raus bist? Ich hab den Eindruck, ich rede bei dir gegen eine Wand. Jupp. Aber auch gegen eine schöne Wand, nur. Eine perlenhübsche Wand. So. Boah, ich bin auf dem Weg, Alter. Ich kann ja nicht. Kamera sehr bekannt vor. War ich da nicht schon? Warte gerade eben. Warte für einen Sekunden. Mein Fokusschild ist auf jeden Fall voll unten links. Wenn's das ist. Boah, ich lauf. Ich lauf gerne. Ich lauf immer, ne? Oh, mein Gott. Das war echt... Hab mir beinahe die Angstpipi gemacht. Upgrade erhältbar. So. Was nehmen wir? Kampf nehmen wir... Hm? Was macht das hier? Okay, da kann man bestimmt Speed aufbauen, oder? Okay. R1 Grad Drehung. L1. 90 Grad Drehung. Das ist nicht schlecht. Da kann man nach hinten springen. Aber da war so viele Infos, das... Warte mal, das testen wir jetzt mal hier. Okay. Müssen wir mal testen, Vince. Jetzt gehen wir mal hier rein und... ...schauen, was auf diesen schönen Handy zu sehen ist, ne? Okay. Okay, ich hör'n schon meckern. Jetzt kriegen wir Schimpfe. Was sollte das denn? Ich freu' mich auf dich zu sehen. Mach nur so weiter und du überlebst keinen Monat. Ende gut, alles gut. Ich hab' das hier. Das ist nicht von hier. Der Typ, der es hatte, ist dafür gestorben. Es könnte die Lösung für mein Sorgenproblem sein. Ja, oder es bringt uns ins Grab. Faith, wir legen uns nicht mit Gabriel Kruger an. Auf gar keinen Fall. Vielleicht schicken wir sie mal einfach zurück. Hat Kruger dich gesehen? Er hat irgendwas gesehen. Es war zu dunkel, um irgendwen zu erkennen. Hör zu, ich dachte, ich tue das Richtige. Nein, du hast nicht gedacht, Faith. Das tust du nicht. Hallo? Ich muss über die Sache nachdenken. Versuch, so lange am Leben zu bleiben. Okay? Ich hab' dich schon mal verloren. Keine Angst, da bin ich. Will sein Kruger-Sack los? Wie jetzt? Kein Packeschön? Ich hau' mich mal aufs Ohr. Gib mir Bescheid, okay? Okay. Es tut mir ein bisschen leid. Er hilft uns und dann sowas. Ich sagte zurück! Nicht jetzt, Süße. Ich muss das hier fertig machen. Faith! Chad! Wo seid ihr? Hier drin seid ihr sicher. Und rührt euch nicht von der Stelle! Faith! Ich hab' Angst! Lassen Sie uns gehen, Kruger! Sie wollten nicht kooperieren, Doktor Connors. Das hier ist ihre Schuld. Mama! Was ist das? Das, mein kleines Wesel, ist die Zukunft. Das ist unser Tattoo? Haben wir das noch nicht, oder? Wir haben das noch gar nicht. Okay. So steh' ich auch in Mongoff richtig am Arsch. Ich hab' hier genau das Richtige für dich. Nomad? Wo bist du? Ich hab' eine Glitch-Mod in die Finger bekommen, die mit deinem Beat Link funktionieren müsste. Ich hab' dir ne Kopie geschickt. Du kannst sie nutzen, um durch die Lüfter bei Zephyr zu kommen. Probier's aus und triff' dich dann mit mir. Wir haben ein Problem. Okay. Wo kann ich das ganze Zeug jetzt nochmal sehen? Nur in der App, oder? Infos. Mission. Also hier sind ganze Missionen, das wusste ich auch noch nicht. In Freiheit. Okay. Hier gibt's nix, wo man solche Sachen irgendwie anschauen kann. Ich muss mir ein... Hallo? Ich will nicht mit irgendwelchen Typen in einem Raum schlafen. Und wir haben so völlig keinen Fernseher. Und hier, wir haben so'n Teil. Ist ja unglaublich. Und der hier hat voll die geile Bude mit... hängt immer nur von Klotzern. Ja, ja. Hier sind die Schuhe. Die sind irgendwie aus die Fußballschuhe. Hier... Was? Och, rutsch halt aus. Sorry. Bei solch kleinen Sprung vergesse ich immer R2 zu drücken. Äh, R2 zu drücken. Gib' ich hier ehrlich zu? Es tut mir auch leid für sie. Wie? Ich hab hier voll viele Chips schon. Stirn? Das ist cool. Ich wusste, das gefällt dir. Nein. Okay. Ich hab diesen Kasten hier gesehen, deswegen bin ich dann runtergerutscht und nicht rüber gehüpft. Wir wollen ja den Chip, ne? Noah hat dafür gesorgt, dass sich die Kamale unauffällig verhält und sich langsam einen Ruf aufbaut. Ich schätze mal, damit ist es jetzt vorbei, was? Ich glaube, ich hab ihn runtergeschubst. Sorry. Krasse Action, ey. Ah, hier runter muss ich. Und? Wir sind schon richtig schnell unterwegs. Alles klar, ich bin in Position. Ich warte hier auf dich. Wo? Faith, wo steckst du? Oh, hey, Noah! Faith, hilf mir gerade bei etwas! Also, Noah hat einen vollen Kontrollstrang. Schon wieder? Was ist es diesmal? Tut mir leid. Je weniger du weißt, desto besser. Aber es ist für eine gute Sache, versprochen. Verdammt, macht denn hier jeder, was er will. Yep. Faith, komm bei mir vorbei, wenn du fertig bist. Wir müssen uns unterhalten. Okay, mach ich. Aber erstmal mach ich, was ich will. Okay? Wer redet denn da oben? Was denn denn? Wo ist denn der? Bin ja hier nur am Laufen, am Rennen, an Hüpfen, an Runterfallen, am Sterben. Oh mein Gott. Ich glaub, durch die Tür wäre schnell gegangen. Ne, da steht ja schon. Also, was ist los? Hab gehört, du bist Gabriel Kruger begegnet. Yep. Sowas in der Art. Okay, hör zu. Krugersack hat angekündigt, härter gegen die Runner vorzugehen. Und sie stellen überall in der Stadt diese riesigen Antennen auf. Man sollte ihnen einen Deckzettel verpassen. Ganz meine Meinung. Ich denke, Krugersack wäre nicht erfreut, wenn jemand diese Antennen zerstört. Und mit jemand meinst du wohl mich? Hey, ich würd's selbst machen. Aber du kannst einfach besser kämpfen, Faith. Na schön. Aber halt Noah aus der Sache raus, ja? Genau. Schon klar. Ich halte von hier aus Ausschau. Mach das. Dann... Hallo? Okay. Dann geht's mal los, ne? Dann, dann, dann. Wir gehen... Oh. Dann musst du den Wacker auch nützen, du. Du. Okay, den holen wir uns. Wow. Oh, da geh ich ab! Kann ich die zerstören? Nein! Trüm ist die Antenne, die müssen wir zerstören. Nö, der ist ja groß, nicht... Perfekt. Es hat funktioniert. Das B schaltet sich ab. Cool. Der Punkt geht an die Kuss. Und K-Fax schickt zur Sperrkauf. Du wolltest zusehen, dass du da verschwindest. Und zwar schnell. Control an alle Einheiten. Okay. Faith, ich hoffe sehr, du bist nicht in der Nähe dieser Antenne. Nee, ich bin jetzt weg. Oh mein Gott, also da ist so ein blauer Bein. Seht ihr das? Ich glaube, da muss ich raus. Raus da aus dem blauen Kreis. Und das machen wir nun mal. Ja, bitte. Yo. Das haben wir mal eine Spitze gemacht. Ohne zu sterben. Gleich alles... ...abgeschlossen. Ein Upgrade. Gehen wir lieber in den Kampf. So, das wollten wir vorher schon machen. Haben aber... ...einen Schaden gegen den anderen gemacht. Mach die Tür auf! Es zieht! Mach die Tür auf! Nein! Ich war auf dem richtigen Weg. Ich habe vergessen, nach links zu drücken. Stören. Echt praktisch mit diesen Stören. Ist gestört! Hier, mach ich kaputt. Ach, also wir gehen zum Noah. Noah, wir kommen! Oh Mann! Okay, wo ist der diesmal? Oh, voll die Pornomucke! Naja. Die Spanien im Klang der Grenze haben in den letzten sechs Monaten stetig zugenommen, wobei Kruger-Dev es kürzlich gezwungen war... Ah, bist du ja. Was gibt's denn? Es hat sich rumgesprochen, dass du wieder zurück bist. Aber ich will über das hier. Wenn du damit deine Schulden bei Dogan bezahlen willst, müssen wir rausfinden, was es ist. Ich habe einen Kontakt in Anker, die sich mit Gridware auskennt. Der Name ist Plastik. Wenn ihr das aufwerfen... Plastik? Ja. Plastik kann ein bisschen... Fäck ist es. Hierzu, ihr mal sehen, was dabei rauskommt. Oh, Mrs. Plastik? Mrs. Plastik, gib mir dein Plastik! Mrs. Plastik, wir geben uns ein Plastik! So, dann geht's gleich weiter! Als Nämlich ist es noch vor Ort. Der Name ist ein Plastik. MDR 2022 Du bist hier, der Name ist ein Plastik.